Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zusehen. Freunde, ich bin, so wie wir alle glaube ich, gerade ein bisschen, was heißt enttäuscht, aber wir waren alle sehr gehypt auf das Musikvideo. Aber aus irgendeinem Grund hat es das Musikvideo nicht pünktlich um 0 Uhr online geschafft. Vielleicht kommt es morgen um 12 Uhr, vielleicht kommt es heute Nacht noch online. I have no idea, es gibt noch kein Update von Shirin auf Twitter oder Instagram. Aber wir haben den neuen Song Ich darf das, wozu das Musikvideo eigentlich droppen sollte, jetzt schon mal auf Spotify online. Deswegen dachte ich, Bro, ich mache zumindest eine Spotify-Reaction, damit ihr meine Reaction auf diesen Song ASAP habt, so wie versprochen. Wir werden aber, sobald das Musikvideo heute oder morgen halt irgendwann noch droppen sollte, sofort eine Reaction auf das Musikvideo machen. Ich weiß, wir sind alle gehypt, Freunde. Wir können, wenn ihr Bock habt, gerne das beim ganzen Album so machen, dass wir uns die einzelnen Tracks geben. Falls ihr darauf Bock habt, lasst jetzt gerne ein Abo da, dann machen wir das gerne, dass wir uns jeden Song vom neuen Screen-Album zusammen geben werden. Wir schauen uns aktuell auch alle Vlogs an, die online kommen zum Album. Also, falls ihr darauf Bock habt, dabei zu sein mit dieser Reise, Freunde, lasst gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ansonsten hören wir jetzt erstmal rein bei Ich darf das in der Audio-Version. Sobald das Video draußen ist, wie gesagt, machen wir eine Video-Reaction darauf. Aber ich habe jetzt auch einfach Bock reinzuhören. Wir haben in der Hörprobe heute schon gesehen, dass es wirklich ein krasser Beat ist und dass gute Bars dabei sind. Falls ihr meine Reaction auf die Hörprobe von Instagram sehen wollt, oben im EASY verlinkt, Freunde. Das heißt, ich weiß schon ungefähr 20 Sekunden vom Song. Mehr noch nicht, ich bin sehr gespannt. Wir hören rein, Freunde. Ihr müsst mittlerweile wissen, ich bin ein großer Shirin-Fan. Ich sag nebenbei den Bandhams J-Hoodie, den sie mir vorbeigebracht hat. Und ich bin sehr gespannt. Wir hören rein, Freunde. Link zu Spotify in der Beschreibung. Und jetzt gönnen wir uns einfach. Egal ob wir eure Musikvideo, ich glaube, wir können es trotzdem sehr enjoyen jetzt. Let's go. Okay, Beat ist von... Beat ist von Frio, Judy und Young Mesh. Das heißt, alle drei, die auf Gran Canaria mit dabei waren, holy shit. Alles, was ich sage, geht viral grad. Zu Rappern mit Rückenflüssern, ja, ich darf das. Wochenlang kein Post zu meinem iPhone. Damit deiner Story direkt in die Zeitung möchte ich... Holy shit, ey. Okay, erst einmal, wochenlang kein Post von meinem iPhone, dann mit einer Story in der Zeitung. Nice. Erstmal nicer Rhyme und Real Talk, ey. Sie macht wochenlang nichts, auf einmal postet sie eine Story direkt überall Titelblatt. Geil. Mit einem iPhone, dann mit deiner Story direkt in die Zeitung. Möchte ich auf deinem Album sein? Du fragst zweimal, ich sag dreimal nein. Doch Absagen geben, ja, ich darf das. Der Minute darf gerade, dass ich nicht deinen Namen sag. No way. Das war das, was wir in der Hörprobe schon hatten, was ich so nice fand. Du fragst zweimal, ich sag dreimal nein. Fuck shaming, stelle keine Frauen in den Schatten, damit die scheinen. Aber die Bitches machen pretty Bitches gerne klein. Aber real bad Bitches lieben bad Bitches, weil ich kann das. Oh, ein kleiner Ratschlag. Kein Mann in dieser Welt macht dich zum Starschatz. Selbst wenn du einen kleinen Arsch hast. Shake booty, baby girl, denn du darfst. Darfst das? Diese Aussage fühle ich immer noch zu einer Milliarde Prozent. Fühle ich zu einer Milliarde Prozent, weil es einfach ist, dieses embrace yourself like. Es ist völlig egal, wie du dich fühlst oder ob du anders bist als die Normalität, was es in meinen Augen noch gar nicht gibt. Aber ob du anders bist als der Durchschnitt oder diese, wie diese Vorurteile das sagen. Just embrace yourself, be you and shine bright like a diamond, ey. Es ist Wildtalk so und diese Zeile fühle ich zu einer Milliarde Prozent, muss ich sagen. Ja, du darfst das. Uh. Right, wait. Ich hab das. Hm. Ich liebe diese Betonung von ihr. Wissen Sie, ich meine so dieses, es ist nicht wirklich geflüstert, aber so ein bisschen ruhiger. Diese tiefere Stimmellage liebe ich. Oh, auch dieses, dieses Ass Out, Daisy Duck. Ey, da war sogar ein Hint. Da war ein Hint. Wir haben, wir haben in ihrem ersten Video, wo sie dieses Album angekündigt hat, auf ihrem Tisch im Wohnzimmer ein Daisy Duck Comic gehabt. Remember? Da war so ein Daisy Duck Comic. Und jetzt haben wir Ass Out, Daisy Duck. Sie gibt Hints. Ey, wir müssen die anderen Vlogs nochmal gucken. Sie gibt Hints. Sie gibt Hints auf diese Songs. Hab mir, was ich darf. Bad Bitch. Gebe keinen Fock. Baby, ich bin interessant. Nimm den Jock. Ich glaube, ich werde bescheuert. Dein Zerlisten habe ich letztes Jahr gefeuert. Ey, ich liebe diese Betonung, Mann. Wie sie das gesagt hat, ich glaube, ich werde bescheuert. Dieses Lachen in der Stimme. Es sind diese Kleinigkeiten in der Stimmlage, die ich fühle. Ich glaube, ich werde bescheuert. Dein Zerlisten habe ich letztes Jahr gefeuert. Ey, auch so eine bossy Zeile, Alter. Wirst du frech, wird dein Mann zu einem Zeit-Chick? Ey, ich fühle das so sehr auch gerade. Gewinn jede Misswahl, außer die Vermissgunst, weil sie anderen Leuten sehr krass gönnt. Und dann 10k für Battle Rap. Sie hat 10k an Dilti. Das ist sowas wie Rap am Mittwoch. So diese Battle Rap-Liga gespendet. Hat sie heute auf Instagram bekannt gegeben. Krass, Mann. Also sie investiert auch in den Nachwuchs-Battle Rap. 10k für Battle Rap. 10k für den Sklubklub. Ich bin kein Hauswife. Werf ihnen mein Hülschen zu, so scheiß ich den Haushalt. Ohne Make-up auf dem Cover von einem Klatsch- und Drahtschblatt. Uh. Aussehen wie eine Barbara, ich darf das. Ey, ich fühle... Das haben wir auch gehört. Aussehen wie eine Barbara, ich darf das. Aber diesen Flow fühle ich gerade anders doll. Das ist so ein angenehmer Flow. Auf dem Cover von einem Klatsch- und Drahtschblatt. Aussehen wie eine Barbara, ich darf das. Alle wollen meine Meinung oder Statements. Doch ich mache diese Bitches nicht mehr famous. Oh, ey. Diese Betonungen sind anders. Ich weiß nicht, warum ich mich in diese Betonungen so verliebt habe. Aber die sind so clean. Es ist einfach so angenehm, ihr zuzuhören. Darf, ja, ich darf das. Mit dieser Beat. Ob ich's mach, ja, ich mach das. Echt, ob ich's hab, ja, ich hab das. Recht, immer zu tun und zu lassen, was ich will. Ja. Ass out. Daisy Duff. Keiner sagt mir, was ich darf. Bad Bitch. Gib kein... Es ist auch so ein Ohrwurm. Es ist ein kleines Ohrwürmchen, Freunde, was ich mal im Ohr habe. Fuck. Baby, ich bin interessant. Ass out. Daisy Duff. Keiner sagt mir, was ich darf. Bad Bitch. Gib kein Fuck. Baby, ich bin interessant. Oh, die... Ja, wir haben ein langes Beat-Outro. Wir haben ein langes Beat-Outro. Mm, 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 mm. Ich liebe lange Beat-Outros. Mm, mm, mm. Oh, das war's leider schon. Ey. Ey, es ist wirklich schade, dass das Musikvideo nicht zeitgleich rausgekommen ist. Andererseits haben wir so zwei Reactions. Wohl nur wunderschöne Menschen zusehen, Freunde, ja. Ähm, aber was soll ich sozusagen sagen? Ey, es ist ein Ohrwurm. Es ist ein ultra nicer Beat. Wir haben ein langes Beat-Outro, was ich liebe. Wir haben drei unendlich krasse, talentierte Producer, die an diesem Beat gearbeitet haben. Und wir haben wirklich viele Zeilen, die einfach so von mir unterschrieben werden können. Wir haben so Statements von ihr. Wisst ihr, was ich liebe? Was ich liebe? Was ich krass fand, ist die Daisy Duck-Zeile. Ass out, Daisy Duck. Und dass wir halt von Daisy Duck so einen Hint hatten. Im Sinne von Comic auf dem Tisch. Was ich nice finde, dass sie halt so... Sie, sie, sie... Sie achtet auf diese kleinen Details irgendwie. Auch hier krass in der Stimmlage. Oft fand ich ihre Stimmlage einfach so unfassbar angenehm. So dieses ruhigere, geflüsterte... Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist auf jeden Fall ein anderer Style als vom ersten Album, den ich sehr krass fühle hier. Wir hatten viele gute Zeilen. Ähm, die Aktion, dass sie an Dilti 10k gespendet hat. Ähm, fand ich sehr nice, muss ich sagen, für den Nachwuchs-Battle-Rap. Und, ey, es ist einfach so, das ist so ein kleiner Appetizer fürs Album, der aber so viel schon von der, von dem Vibe des Albums, finde ich, äh, kennzeichnet. Und der einfach Bock auf mehr macht. Das war so ein Appetizer. Das war so ein bisschen für die Schirrissons. Für uns so ein kleiner Appetizer einfach. So ein kleines, hm, 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 hm. Schmeckt gut, schmeckt gut. Genau so war das. Ey, ich freue mich sehr aufs Musikvideo. Ich kann mal gucken, ob es vielleicht mittlerweile online ist. Wenn ja, droppen wir ASAP eine Reaction darauf. Es ist online, es ist online. Fred, es ist online. Okay, ich muss das Video sehr schnell beenden. Ich wünsche euch, hey, einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer, Freunde. Wir sehen uns und ciao.